So, machen wir nochmal eine Goldstar Session. Ich hab mal wieder ein bisschen Lust auf Goldstar. Ah, ohne Jackpot. Mal gucken, was er macht. Hm. Hm. Na ja, klar, dass der nicht direkt den Pfeil ausmacht. Oh, schade. Ah. Oh, schade. Weiter. Oh ja. Der ewige Kampf mit den Schaukelausspielungen. Geht doch. Meinst du er geht? Zumindest schon mal ein Goldspiel. Ob er zahlt, ist die andere Frage. Und ob er da noch riskiert? Natürlich immer besser. Ja, aber. Schauen wir mal, was bei Ruhe kommt. Komm, bist du? Ach, dann zahlt der das nicht. Jetzt hab ich ja zwei. Und jetzt geht der im Risiko kaputt, wenn er zahlt. Sonst geht der nicht auf 50. Danke. Okay. So, auf geht's. Schauen wir mal. Komm jetzt wenigstens die sechs. Nein. Das ist Nummer zwei, komm. Ach ey. Das ist der Verarsche. Pass auf, der geht garantiert nicht hoch, wenn er den zahlt jetzt. Bei dir? Tut sich bei dir am Goldstar was? Nein. Noch nicht. Noch nicht. So, komm Baby. Jetzt geht's erstmal. Jetzt zahl dieses scheiß Goldspiel. Komm. Tack, tack. Jawoll. Und jetzt geh hoch. Was hab ich dir gesagt? Ja. Was hab ich dir gesagt? Nicht aufregen. Schön ruhig bleiben. Jetzt wollen wir jetzt mal zwei und dann geht er nochmal hoch. Gussfraber. Jetzt geht er natürlich einen Schritt, ne? Aber ja klar. Trickskisse. Arschkeks. Jetzt können aber auch mal die zwei in der Mitte geben. Oh nein. Oh nein. Ach, wie oft denn noch? Der Fenster hat schwer nachgenälen lassen. Irgendwie. Aber mein Kollege hier, der hatte 7 Goldspiele und 5 mal auf 50 gedrückt. und verkürzen. . 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 Und nochmal den Pfeil hochsetzen. Ich hoffe es hat euch trotzdem wie immer gefallen zuzuschauen. Bis dann wieder. . . . . .